gut dann werden wir mal starten die auslosung für saison ich habe jetzt schon hatte ich mal alles belegt auf wenn wir fangen mit den strecken wo sind die sind auf der seite genau der strecke ja strecke und dann zu drehen die werden wir fahren ich glaube das jetzt machen wir es aber anders gemacht da sind wir von oben nach unten einfach gegangen ist doch egal ausgelost werden muss oder so am 25 gleichen hundert prozent rennen genau sehr schön schon eingetragen sehr schön gut dann um diesmal mit dem datum an dann sind die 100 prozent rennen schon raus was ist das und da werden wir fahren und das prozent australien das ist immer gut immer als letztes gefahren ja so machen jetzt die strecke als nächstes nur der nicht bringt nicht montag das vorletzte rennen ok kann zum schluss nicht schlecht so ein tag vor weihnachten das war noch zu rennen aber noch eine schöne strecke was haben wir da wir haben kein weihnacht viel ich noch mal welcome to miami zweiten zwölften nach so die arabien erfahren wir sehr schön schließen ob die dp der nächsten sprinter und habe ich aber gespannt umgarn ist okay erst mal die strecke man merkt dass wir andere strecken dazu genommen haben kommt denn das eröffnungs rennen bei der siebte zehnte wie bestellt gut das finde ich gut ich bin ja auch noch im urlaub australien bin ich nicht da jawohl katar das ist nicht so schlimm ein paar schöne strecken noch drinnen baku was ist hier noch blöd italien singapur brauche ich nicht komisch waren kann er bei den autos kommt es nicht weil die autos kommt das erst vor ok ich dachte das war nur ein hundert prozent und einspannter nach billigen niederlande hundert prozent oder sprinth hätt ich gerne gehabt was alles ja 28 der zähnter brutal werden monaco und singapur hintereinander singapur 100 prozent feuer frei sind ja jetzt immer noch 200 prozent singapur italien ist denn noch jetzt um die wurst jetzt geht's um die wurst was machen wir zuerst erst das auto jane oder erst die weide drehen lassen ja aber wir müssen wissen wer dran ist das ist glaube ich besser ja genau das ist die fahrer genau wir sind dran was möchtest du haben ich habe gesagt ich glaube ich habe hafen hat er hat es änderung gegeben aber ich habe schon alpin seit wann seid ihr teamkollegen wir wollen die welt wir wollen die weltherrschaft ich will ja ich wäre ja für rb hier deswegen lasse ich noch mal ein bisschen weiter drehen dass er hier jetzt stoppen das ist egal wo der besitz das wird den pascher gar nicht wollen ja weil ich da ist so jetzt doch und wir kommen den alpin der motor nicht ja aber der hört sich schrecklich ja das ist gut auf einer seite so komisch wolfie und zero böhmer Ja, ist okay. Für die. Oh, jetzt geht's los. Ne? Goldmitte. Ist auch weiter eingegangen? Ja. Ich hab nochmal gepustet. ja wirklich dafür nicht in so cool wird den visa cash app wieder nehmen den will ich auch haben denn werde ich auch nehmen der wäre schön wie nur kein mercedes jetzt kommt jetzt kommt ersten martin damit kann ich mich anfreunden wünschen wir denn hier der konkurrenz also der kriegt den sauber gebe ich dir ich denke mal jetzt ein von den beiden rot geht raus der kick an dem finde ich ja geil nicht mehr zählen kenne ich dich auf jeden fall im rückspiegel nicht mercedes mercedes auch finde ich mega finde ich mega ich nicht dann könnte er in der box auf werden ein guter salami sind noch drinnen siehst du die kommen jetzt gleich dann kriegen die den sauber jetzt nein die kriegen den kick nein die kriegen den sauber nein kick sauber ist dasselbe genau auf dem strich hier habe ich angehalten jetzt wenn die das sehen okay 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 jetzt drehe ich beide gleichzeitig rotox sm und cyrus und jule rotox und sm das ist ja auch leute ja dann kriegen wir fahrradie rot bleibt rot ja sehr gut sorry peter king ja fahrradie ist super bin ich schon gefahren hört sich gut an gut das war denn die auslösung für saison 14 sehen Vielen Dank.